Die Huawei Watch Fit Mini ist der neueste Fitness-Tracker von Huawei und erweitert das Wearable-Portfolio des Unternehmens. Der kleine Tracker wurde zusammen mit der Huawei Watch GT 3 und dem neuen Huawei Nova 9 Smartphone vorgestellt. Und wenn ihr euch für Technik interessiert, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben hinterlasst und meinen Kanal abonniert und die Glocke anklickt, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Falls euch die Huawei Watch GT 3 zu groß und klobig ist und ihr eher ein rechteckiges Design bevorzugt, dann ist vielleicht die Watch Fit Mini etwas für euch. Mit einer Dicke von 11,04 mm und einem Gewicht von nur 20 Gramm ist sie besonders kompakt und leicht und sorgt damit natürlich auch für ein angenehmes Tragegefühl. Das rechteckige Display hat eine Diagonale von 1,49 Zoll, das sind dann 3,73 cm. Wir haben hier ein Touch-Display und eine Auflösung von 194 x 368 Pixel. Der Fitness-Tracker bietet euch zahlreiche Funktionen, aber auch hier liegt der Fokus natürlich auf sportlichen Aktivitäten. Wir haben hier einen Schrittzähler, Workout-Training, Puls, Herzfrequenz, Sauerstoffbesättigung, Stressmessung und noch so einiges mehr. Huawei bietet hier ein Tracking von 96 verschiedenen Workouts an, darunter auch exotisches wie Bauchtanz, also genau etwas für mich. Die Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen ist auf jeden Fall eine Ansage an alle anderen Hersteller. Das ist echt top. Wie von Huawei gewohnt haben wir hier eine hochwertige Verarbeitung und ich finde, die Watch sieht auch echt elegant aus und hat ein schönes haptisches Gefühl. Die Watch Fit Mini wird ab dem 11. November in den Handel kommen und in den Farben Frosty White Leather, Mocha Brown Leather und Taro Purple mit Fluor-Elasto-Mehrband auf den Markt kommen. Die UVP beträgt 99 Euro und es wird auch wieder eine Vorbestelleraktion geben und so legt Huawei noch eine Fitnesswaage im Wert von 69 Euro für die Vorbesteller dazu. Falls ihr Interesse an dem Fitness-Tracker habt, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung natürlich auch einen Link mit der aktuellen Verfügbarkeit und dem Preis. Und falls ihr Fragen zu neuen Huawei Watch Fit Mini habt, dann stellt sie doch gerne unten in den Kommentaren und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Und wenn ich persönlich die Antwort nicht weiß, dann frage ich einfach einen meiner Kontakte bei Huawei und dann bekommt ihr eure Antwort. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video, falls ihr es noch nicht getan habt, einen Daumen nach oben hinterlasst und meinen Kanal abonniert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao!